Am Freitag habe ich meine Kollegen und Kolleginnen Jochen, Martin, Simon und Franziska eingeladen und es geht um das Thema Remote Mob Programming. Was ist denn das überhaupt? Mob Programming ist wie Pair-Programming nur mit dem ganzen Team. Aber es funktioniert dann doch ganz anders und viel besser. Genau, weil einer tippt und die anderen denken und dabei erlebt man das ultimative Team-Erlebnis. Genau, und wir wollen eigentlich nicht mehr anders arbeiten. Also das wird spannend. Natürlich gibt es wie immer die Möglichkeit für Fragen und außerdem werden wir das Ganze live zeigen und wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme am Freitag. Bis dahin.